Servus. Wer hat denn diese Ladung bestellt? Ich hab die Ehre. Ich hab ein paar Schmangel mitgebracht. Können wir gleich verkosten. Ich hab noch mal was dabei. Ich hab gestern Abend ein Geschenk bekommen. Umeboshi. Kommt aus Japan. Mal schauen, wo man die hinnehmen kann. Dessert? Ja, mal schauen. Kriegen wir was hin? Von einem Dressingmacher draus. Man kann es in Cremien verarbeiten. Schauen wir mal. Schauen wir mal deine Schmankerl. Ein bissel uns zu Leibe führen. Gehen wir nach hinten. Auf geht's. Die Schmankerl. Edles Gebäck aus dem Bäcker Imperium Mack. Aus Ahlen-Westhausen. Gut genug für die Sterneküche? Nicht nur Masse. Auch das Besondere kann und will Hans-Günter Mack bieten. Und er ist gespannt, ob er beim Sternekoch Schubeck damit punkten kann. Früher haben wir das Essen gejagt. Und heute jagt uns das Essen. Und heute wird's viel schwieriger, die Qualität daraus zu finden. Weil so viel am Markt sind. So viele Dinge anbieten, dass du dich wirklich durchtesten musst. Und sagen, das mag ich. Und wenn du jemanden hast, der Qualität produziert, macht das viel mehr Spaß. Und früher haben wir effektiv hungrige Leute satt machen. Und heute müssen wir satte Leute hungrig machen auf unsere Produkte. Deluxe. Schubeck ist von Macks neuesten Produkten begeistert. Gänzestopf, Leber, Trüffel, Butter, Salz, Pfeffer. Qualitativ bist du oben. Und? Ist's gut. Gefällt uns was? Sehr gut. Danke. Schubeck ist einfach geradlinig, bodenständig. Der vertritt nur die alte Werte. Der hat Achtung, der hat Respekt. Der behandelt einen auf gleicher Augenhöhe. Mit dem macht's einfach Spaß, Geschäfte zu machen. Und vorhin waren wir ja im Gespräch. Dann hat er unseren Brauni probiert und hat effektiv leider 600 Stückchen, also 10 Karte, für sein Zelt bestellt. Die gibt's also ab sofort im Schubeckzelt. Ich hab auch gern mit dir. Ich gern mit dir. Weil's einfach ein schönes Miteinander ist und man die Dinge, die man machen möchte, auch ausreden kann. Und wenn du's im Größeren brauchst, bist du derjenige, der's umsetzen kann. Im Kleinen können wir's selber machen, aber im Großen brauchen wir dich. Freut mich. Ohne Mack wird's schwierig.